Ja, du hörst doch sowieso nicht auf das, was wir da sagen. Und außerdem braue ich gerade einen Trank gegen eine Schwerhörigkeit. Da könnte schon noch so einer von so einem ledigen, festen Jünglichen brauen, so einem Keuschen. Keuschen? Das ist mir gedacht. Und wen haben wir da überhaupt? Unseren Herren Pfarrer. Oder will ich den nennen? Der Seng Salferer von Beichtstuhlbeuren. Walli, was war ich auch los? Bitteschön, das tut weh. Da ist zwar sicherlich das größere von euch zwei, aber mit dem Jüngling haut es halt nicht mehr so hin. Ich seh schon, eure Lauscher sind für nichts zum Brauchen. Nicht einmal für eine anständige Armutschel-Suppen. Schön, dass du vernünftig geworden bist. Mein Lund, tut's noch weh, Herr? Ein schmarrndes Bissl. Ich hab ein Ohrnger aus Stahl. Ja, ein richtiger Held. Hä? Das werden wir ja sehen. Geh aber her zu mir.